Helene Fischer, nach Unfall, diese Bilder schockieren die Fans. Nach ihrem Unfall auf der Bühne macht Helene Fischer weiter, wie gewohnt. Doch er scheint Spuren hinterlassen zu haben. So sehr, dass Fans bei diesen neuesten Bildern der Sängerin nun schockiert reagieren. Helene Fischer musste in letzter Zeit einige Rückschläge verkraften. Nicht nur verletzte sie sich bei den Konzertproben bei einem schweren Sturz, bei dem letzten Konzert vor der Sommerpause in Hannover folgt direkt der nächste Unfall. Sie schlug mit dem Kopf gegen eine Trapezstange, was eine Platzwunde in ihrem Gesicht hinterließ. Eigentlich ist alles mittlerweile gut verheilt, dennoch sorgten diese neuen Aufnahmen der Sängerin im Netz nun für Furore. Helene Fischer, Fans sind in Sorge, sieht sie wirklich so anders aus? Auf Instagram verkündete Helene Fischer nun die freudigen Neuigkeiten, die Helene Fischer Show ist zurück. Die Aufzeichnungen werden am 01. und 2. Dezember 2023 in der Messehalle in Düsseldorf stattfinden und Fans dürfen hautnah dabei sein. Doch für einige ihrer Anhänger werden diese Jubel-News zur Nebensache. Sie sind in Sorge um die Sängerin, der Clip, der die 39-Jährige in Nahaufnahme zeigt, scheint ihre Anhänger zu schockieren. In den Kommentaren wurden nun besorgte Stimmen laut. Hat sich Helene Fischer seit ihrem Unfall so sehr verändert? Ein Nutzer schreibt, die schaut wirklich alt aus am Anfang, ein anderer wird noch genauer und lässt verlauten. Der Unfall hat aber eine ganz schöne Narbe hinterlassen. Auweia! Doch Helene scheint selbstbewusst mit ihrer Narbe umzugehen. Das unterstützen auch viel ihrer Fans und schreiben Kommentare, wie einen schönen Menschen kann nichts entstellen. Wohl wahr! Wohl wahr! Untertitelung des ZDF, 2020